Herzlich Willkommen liebe Freunde zur griechischen Ausgabe von Das Ivelos Vis Innos Mit Zonki und Honki In diesem Sinne, let's play Nein, 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 hab ich doch gar nicht Wir waren ja in der letzten Folge frisch geimpft Und bewaffnet wie Hannes Kennst du diesen Spruch? Wenn du denkst, du bist allein, machst du dir die Nägel rein In diesem Sinne, Irmgard, ich bin da Ach, ist egal, die ist doch eh doof Tschüss, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Ivel Achso, sie ist noch gar nicht so weit Und ab in den Spiegel Ja, 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 alles gut Jetzt fliegen die Dinger auch schon Raus, 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 es fliegt Halt, stopp, 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 warte Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Kannst du dich verscheuchen? Wenn du dagegen haust? Bämst! Oh! Hä? Ach doch, da war mal ein Fenster Cool, wir können Scheiben kaputt machen Wir können mal einen Spiegel kaputt schlagen können Und? Aber Scheiben, jetzt bin ich gespannt, ob das nochmal knallt Achtung, das wäre der Witz Hau mal, hau mal das Fenster kaputt Okay Mach auf So, wir nehmen Los Flaschos Und Die Phallus auszulöse Die sehe ich ja hier Hier sehe ich die Äh, nein Ja Und Auf ihn mit Gebrüll Wieso Ich bin hier Wie zu weit weg? Ich brauche aber noch einer Wir haben noch einen Pfahler Los Flaschos Wahrscheinlich kann ich überall Warte, jetzt stehe ich hier hinten Hier, hier Hier Und werfe auf Los Echos Jetzt Na super Scheibe eingeworfen Manchmal ist das Spiel lustig Hier Nein, 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 nein Jetzt wieder Kontenanz Aber das ist ein Fass Da ist ein Fass Naja, schieb zur Seite Ich bin weh, man putzt hier keiner Die Frage ist Wie komme ich am Bömmchen vorbei Ohne mich zu verletzen Flämmchen Äh, 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 Flämmchen Flächlein Aber ich Ich weiß genau Ich kriege es wieder ab Und wir gehen schnell auf X Wurf Und X Respekt 201 Puls Wegen so einer Flasche Und einer Bombe Und wir wissen, dass da keiner ist Weil wir waren ja schon mal hier Als wir hängen geblieben sind Zündi Was? Noch eine Flasche? Nein, das ist gut Das haben wir ja alles kaputt gemacht hier Herr Doktor Wir kommen Herr Doktor Wir sind gleich da Le Doktor Oh, erstmal eine Runde pennen Nein Ja Komm Leslie, du geile Schnalle So, rein hier Zu diesem verschobenen Zu diesem verschobenen Doktor Mach auf Wer ist da? Nicht schießen Nein, nein Ich bin keiner von denen Nein Ich bin Doktor Ja Marcelo Jimenez Sie waren vor dem Unfall In dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie Ich habe ihn vorlaufen sehen Aber Aber Kommen Sie hier lang Aber bitte leise Ja, ja Geh du schon mal vor Wir kennen das ja alle Ich gehe inzwischen hier Die Lage sondieren Was liegt im Wäschekorb? Nix Normalerweise liegt die Katze im Wäschekorb So Ich bin schnell nochmal da hinten Ins Backsteinhaus Ins Backsteinhaus Erstmal dahin gehen, wo wir sicher sind Ein Spiegel Der ist aber schön Ja Geh Nimm mit Nimm mit Was du kriegen kannst Oh oh Ein Fällchen Wollen wir die entschärfen? Haben wir schon Lauf doch mal dahin Wo auch der Weg ist Mann Durch die FPS Einbrüche Haben wir schon Ich glaube hier geht gleich Der fünfte Weltkrieg los Nein, nein Hä? Moment Ach da ja Kommen wir Okay Okay Leertaste öffnen Streichhölzer Als ob es hier nicht schon genug gäbe Dann können wir das ganze Haus in Luft springen Ja, versteck dich Genau Vor wem? So Wir schauen uns hier um Und klicken hier Nicht auf untersuchen Das kann deine Mutter untersuchen So Renn in dieses Licht Und ab geht's Haben wir eigentlich die Granate? Äh Nein Wo waren die Granate? Ähm Ähm Ohne meine Granate Gehe ich nirgendwo hin Die suche ich erst Wo waren diese komische Granate? Das ist doch Selbstmord War die hier? Nein War die hier? Nein Die ist aber irgendwo gewesen Ihr werdet zurückspulen Und sagen Ja, ich sie da Myra Wo ist meine Granate? Flasche Flaschenpost Die Granate Ohne die Granate geht Gehe ich nirgendwo hin Ganz ehrlich Im Schränkchen Nein Ach Leslie Du hast du den Ach Leslie Wieso Leslie? Mr. Castellianus Haben Sie bitte Ihre Gedanken Suchen Sie die Granate Granatitschki Da Da ist die Granate drin Ja So Ja Jetzt bin ich ausgestattet Wie Fortnogs Und jetzt geht's in den Kampf Ja Ja also Wenn ihr denkt Hier ist ein Pro Gamer Dann Würde ich sagen Profile Falsch Aber ich kann spielen Also so ein bisschen So Dann gehen wir jetzt mal Nach unten Sehen Sie selber Ja ich sehe Wollen wir die von hier oben abschießen? Die sind hier überall Ja Das sehe ich Da Und da Und da Das denke ich Du Versuchen wir es nochmal Du Ja ich gebe sie dir Hallo Wart mal Doktor Doktor Ich gebe sie dir Ey du kleiner Fluchtbolzen Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo ist der hin? Doktor Doktor Mit wem rechtet der da? Hinterausgang Da hängt eine Axt in der Können wir die werfen? Yes sir Wir haben eine Nahkampf-Axt Jetzt bleibt kein Stein mehr Auf den anderen Ich bin mutig Ich bin schlau Ich mach die Kisten alle Kaputt Was liegt da? Elektronische Bauteile Was will ich mit einer Flasche Wenn ich eine Axt haben kann? Oh guck mal wie das windet Oh oh Wir holen uns eine Fläschli Und dann Machen wir das Dingchen kaputt Jetzt Ist nur ein Kratzer Ja war nur ein Kratzer Hatte ich nicht so Hast du die Axt? Wo war denn jetzt die Axt? Der hat nicht die Axt für die Flasche weggelegt Was denn jetzt? Was machst du da? Der nimmt Drogen ohne mich zu fragen Was ist das für ein scheiß Mensch? Haktet? Ja jetzt hast du Kopfschmerzen Du blöd Mann Du doofer Such dir mal die Axt Da ist er Meine Fresse Alter Falter Hier ist was los So Da steht Gel Aber das steht nicht für ungefähr Aber wir sind ja mutig Und wir klettern Schleichen 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 Mach auf Mach auf Ist doch eine Tür Na super Wir sind in einer Sarkgasse Dann gehen wir durchs Fenster Und Katsching Nein, 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 nein Ins Fenster Katsching Und rein da Hm Okay Von da kommen wir Müssen wir doch nach oben Über die Terrasse gehen Das hat sich gerade erledigt Pssch 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 Oh, jetzt war ich der Schocken Von meinem eigenen Inventer Pssch 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 Was brodelt denn hier Feines Ah, da hängt wer Den verbrenne ich nicht Der ist eh tot Pssch 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 Ich hab das Tor erreicht Ohne einen einzigen Zombie Herzlich viel Glückwunsch Sie haben den Geheimweg gefunden In Klammern denkste Nein, 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 nein Pssch 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 Schön schleichen Hinter jeder dieser Ecke Könnte er stecke Der Geist Hä? Hier war ich doch schon Verbrennen Nö Wir sind im Kreis gelaufen Hier war ich doch schon Als ich eingangs Eingang Eingangte Was? Oh, ist wichtig Mit einer Flasche Hier ist ja eh keiner Da ist eine Kurbel auf der Terrasse Sie müssen sie betätigen Damit ich durch kann Ja, nee, ist klar Ach, soll ich hier kurbeln gehen? Das alles? Sag mir das Du Föhn Ich hab hier so einen Schiss Dabei muss ich jetzt noch oben kurbeln gehen Ja, ja, ja Mein Gott Hättest du mir ordentliche Anweisungen gegeben Du Vogel Dann hättest du schon lange durchgehen können Komm Ja, rennen lassen Das geht uns Ja, ist okay Du hast Ausdauer Das ist Wahnsinn Jetzt muss der sich ausruhen Drei Treppen Ein bisschen weniger Drogen nehmen, ne? Dann klappt's auch mit der Terrasse Da ist die scheiß Kurbel Sag das doch, Junge Oh, die Tür macht Die Tür macht weit Dööö Das soll ich dem Fondum Feuerschutz geben? Der Doktor kriegt die kleine Knarre als Feuerschutz Ja, geh! Ey, ey, von Unlocken hat keiner was gesagt, du Vogel. Sein Problem. Doktor erfolgreich getötet. Ne, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg runterlaufen und diesen Blödmann retten. Einmal was selber machen. Was? Wie, hier ist einer in der Nähe? Hier ist ja gar keiner. Doch, der kommt mit Treppen hoch. Geh mal, ja, du hässliches Gesicht. Der hat sein Bruder dabei. Renn, 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 renn. Wieso alle zu mir? Ich bin doch ganz brav. Moment. Was haue ich euch denn mal an den Kopf? Meine Spezialbumme. Alter. Warte mal, warte mal, warte mal, wir spielen gleich weiter, wir spielen gleich weiter, wir spielen gleich weiter. Irgendwo hatte ich mal eine Axt. Rennen. Oh, jetzt ist der wieder kaputt. Ey, bist du bescheuert? Da sitzt der da. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, Baby. Ey, wir haben keine Waffen, wir haben nichts mehr, wir sind, wir sind ertötet. Was? Der schießt! Alter! Du bist tot, du kannst nicht schießen, du bist längst Matsche. Du bist Staub. Alter, wir werden vom Zombie angegriffen. Ich muss an das Beil. Ich habe nichts mehr, außer Hoffnung. Warte mal kurz. Da sind auch keine Schuss mehr drin. Ich habe eine Granate, aber ich kann jetzt keine Granate... Nein, 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 also früh haben wir keine Granaten raus. Geh weg. Ja, geh zu deiner. Entschuldigung, ich muss mal durch. Oh, okay. Wenn ich wüsste, wo ich hin müsste, dann würde ich ja den Weg gehen. Was? Ey, ey, wollt ihr mich verarschen, was fliegt denn hier rum? Halten? Scheiße, ich brauche Deckung. Deckung, du brauchst einen Anwalt. Scheiße, 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 scheiße. Geh decken. Was? Alter, ich werde vom Zombie beschossen. Seid ihr bescheuert? Was? Nein, 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 nein. Hau ihn auf die Fresse. Ja. Mach ihn zum Brei. Hau ihn kaputt. Du sollst ihn kaputt haben, nicht eher dich. Ja. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jawohl. Verbrenn ihn. Da kommt der Nächste. Komm her, Bobby. Hat er als eine Frau. Bamz. Bamz. Aua. Bamz. Bamz. Ey, ich dachte, die geht wieder runter. Bamz. Komm her, sie ist kaputt. Mach die kaputt. Mach die alle. Mach die tot. Mach die. Nein. 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 Oh Gott. Wir fangen an der Stelle an, wo wir keine Waffe haben. Wetten, 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 wetten. Wir haben Hoffnung. Wir müssen uns diese Axt besorgen. Mach das Ding wieder zu. Mach so, mach so, mach so. Wo haben wir denn die Axt, Mann? Verdammt. Die muss doch hier liegen. Moment mal. Wir hatten die doch zuletzt an der Drehbank. Oh, ist denn diese verkackte Axt? Axt. Hackebeilchen. Ich will hier nicht sein. Ey, so haben wir doch gar keine Chance. Was soll denn die Scheiße? Ich verstecke mich im Fass. Der hört sich nicht gut an. Der hört sich sehr dick an und groß. Ja, ja, ich kenn dich. Schnell hier rein. Rein! Alter, die sind überall. Bist du auch noch da, wo ich nicht bin? Aua, 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 aua. Ich kann doch keine Handkanade auf einen einzigen Zombie hauen. Aber ich kann mir jetzt Streichholz nehmen. Nein, 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 nein. Du dämliche, hässliche Mutter. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße in der Sonne. Mach dich kaputt. Ich mach dich alle. Du machst mich alle. Was? Huss? Ich hau euch alle kaputt. Komm her. Jawohl. Zwei auf einen Streich. Was? Hau das Ding doch kaputt. Ja. Wir haben ja nie eine Chance mit der Hand. Und... Wo ist unser Hackebeil? Ab da, Feier. Ja, noch eine Granate. Jetzt schieße ich nur noch mit Granaten. Das gefällt mir gar nicht. Nimm alles. Ey, lass doch wenigstens ein bisschen Munition da oder so. Nein, 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 nein. Das ist der Rückweg. Egal. Kranatschki. Der nächste Zombie, der mehr auf die Eier geht, fliegt in die Luft. Hier ist aber keiner. Wo sind die denn? Im Haus. Ja, jetzt ist der Bude in die Luft. Mir ist scheißegal. Wenn wir das jetzt wieder nicht schaffen sollten, dann lade ich morgen wieder, oder der nächste Folge, wieder auf den nächsten Speicherpunkt. Und dann, äh... Haben wir wenigstens unser Hackebeil wieder, weil ich hab ja gar... Ja, ja, mach noch Krach. Digong! Na, das war doch perfekt. Boom, haben wir die Kahn an der Macht. Boom, aber ich brenne. Au, 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 au. Hau den, hau den. Tut ihm weh. Aber heiß. Heiß, 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 heiß. Ich lade neu. All system on Anfang. In diesem Sinne. Nächste Folge. Machen wir alles kaputt. Ich schwör. Puls baut ab. Nein, 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 nein. Nächste Folge. Macht's gut. Bleibt tapfer. Hab euch lieb. Hab euch lieb. See you. Und bye. Das war Fail Day. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.